Nur eine von uns kann gewinnen. Na warte. Zwei Tage zuvor. Wir wollen das alles kaufen. Für fünf Mäuse? Das geht nicht. Geht und verdient mehr Geld. Maucht ihr Geld? Lasst uns ein Spiel spielen. Okay. Ihr müsst nur meinen Umschlag umdrehen. Das ist einfach. Wir haben gewonnen. Gib uns das Geld. Jetzt können wir uns das ganze Zeug leisten. Und noch eine Runde. Easy. Das nehmen wir auch. Nochmal. Ich sehe gar nicht hin. Gib mir das Geld. Diesmal gewinne ich. Vergiss es. Ich habe schon wieder gewonnen. Hey, wo ist unser Geld? Wenn ihr unbedingt Geld wollt, macht beim Squid Game mit. Wir haben so viele neue Sachen. Klar, wir sind dabei. Diese Kaufverrückten. Diese Kaufverrückten. Ich spiele auch mit. Wow. Was wird das hier? Wir müssen zusammenhalten. Hast du das gesehen? Wir müssen auch zusammenhalten. Das ist synthetisch. Oh, grün steht mir nicht. Lass die Spiele beginnen. Nee, diese Maske ruiniert meine Haare. Ich lasse sie weg. Bitte sehen die Kamera. Folg dich runter. Lächeln. Danke. Bitte sehen die Kamera. Bist du ein Zwerg? Lächeln. Danke. Bitte sehen die Kamera. Lächeln. Danke. Bitte sehen die. Stopp. Du bist schon dabei. Ich habe eine Idee. Willkommen, Weihnachtsmann. Ihr müsst die Glasbrücke überqueren. Zieht eure Nummern. Ich will anfangen. Das hättest du wohl gerne. Ich bin die Nummer 1. Hey, Kopf hoch. 4 ist eine tolle Zahl. Hey, wir brauchen eine Nummer. Nur eine? Aber wir sind doch zu zweit. Bitte. Ich werde gewinnen. Aber nicht dieses Mal. Zwillinge, ihr seid dran. Hast du eine Idee? Ich klettere auf deinen Rücken. Du bist dran. Ups. Schlechte Idee. Wir sind soweit. Los geht's. Sehr gut. Du hast es bis zum Ende geschafft. Es hat geklappt. Hier ist das Seil, Mary. Au. Ich ziehe dich raus. Ja. Geschafft. Wir haben die gefährliche Brücke überquert. Wie würdet ihr über die Brücke kommen, wenn ihr mit eurem Zwilling spielen würdet? Sagt es uns in den Kommentaren. Komm schon. Beeil dich. Bist du bereit? Klar. Lass uns ein TikTok-Video machen. Aber es fehlt noch was. Oh, wir brauchen Verstärkung. Leute, macht mit. Seid ihr bereit? Na dann los. Diese Kätzchen sind so lustig. Ich liebe TikTok. Moment. Was ist das für ein Tanz? Das ist gegen die Regeln. Seid ihr die, die den TikTok-Tanz gemacht haben? Nein, die waren es. Nein, die. Nein, die. Nein, die. 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 Oh, Mann. Wer hat sich diese Uniform ausgedacht? Keine Videos mehr. Seid ihr bereit? Grünes Licht. Rotes Licht. Was? Zwei identische Kopien. Wer bewegt sich? Ich sehe doppelt. Fehler. Fehler. Wir haben die Puppe besiegt. Leute, die Puppe ist kaputt. Nein. Gib her. Nein. Nein. Warum bin ich immer die Nummer zwei? Ah. Ich habe eine Idee. Los! Nimm deine Uniform! Schnell weg hier! Aufgepasst! Hatt alle zu! Ihr habt eine Aufgabe! Passt auf alle auf! Passt auf alle auf! Eine neue Mission! Was? Seid nicht so frech! Das ist wichtig! Es ist super wichtig! Wo sind eure Handschuhe? Wartet! Wo sind die echten Aufpasser? Tut uns leid! Ich hab die Nase voll von diesen Zwillingen! Passt besser auf! Seht mal! Ich hab es geschafft! Sehr gut! Lea! Hast du alles aufgegessen? Zeig ihnen meine Form! Ich bin auch fertig! Kann ich gehen? Danke! Ich beobachte euch! Ich hab es geschafft! Ich hab es geschafft! Ihr dürft gehen! Sie! Sie! Na los! Wir verlieren! Weißt du noch, wie wir uns als Kinder immer um Spielzeit gestritten haben? Das gehört mir! Nein, mir! Wir müssen es einfach genauso machen! Und los! Das war total einfach! Unter von mir! Sind die für mich? Danke! Ich bin auch hier! Ihr müsst mich auch beachten! Was machst du hier? Kein Flirten bei der Arbeit! Keine Blut! Keine Dates! Ja, Sir! Ich bin schon auf dem Weg! Lea! Du hast alles ruiniert! Stimmt ab! Wollt ihr bleiben? Oder gehen? Gehen! Gehen! Schwächlinge! Ich bleibe! Ich bleibe auch! Es steht unentschieden! Ich hab eine Idee! Wir brauchen noch eine Stimme! Ihr seid solche Feiglinge! Lasst uns bleiben! Und den großen Preis gewinnen! Und die letzte Stimme! Bleiben! Ah! Yes! Was? Du hast doch schon gewählt! Nein, hab ich nicht! Ich hab eine andere Nummer! Das war bestimmt mein Zwilling! Endlich hab ich einen Tag frei! Ich kann mich entspannen! Wir müssen hier raus! Der Aufpasser! Halt! Der Boden wurde frisch gewischt! Ups! Sorry! Meine Haut braucht einen Wellnistag! Das tut gut! Unser Smartphone! Lauf! Warte! Das ist nicht unser Smartphone! Sieh mal! Das ist der Chef und seine Familie! Das ist so witzig! Woher kommt dieser Lärm? Was soll das? Das ist mein Smartphone! Erzählt niemandem davon! Hier ist dein Smartphone! Danke! Die Zwillinge haben mir alles erzählt! Wirklich! Spieler! Die heutige Aufgabe ist... Hey! Warum lacht ihr? Was ist so lustig? Jetzt kommt die letzte Aufgabe! Nur ein Spieler wird überleben! Sis! Wir werden immer zusammen sein! Nichts kann uns auseinanderreißen! Was ist mit dem Preis? Denk nochmal nach! Nein! Wir sind unser eigener Preis! Wirklich? Dann geht nach Hause! Ups! Du nicht Security! Na schön! Geht nach Hause! Wenn Schwestern sich mögen und miteinander auskommen, ist das besser als jeder Preis!